One day we're gonna wound this world We're gonna heal it's broken heart Johooo! Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren Spurzakronix hier am Start Und yo, Männer, wir werden heute gremeln zusammen mit dem Giorgio und dem Burak Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut und ja Yo, meine Bras Digga, was ist falsch mit dir Burak heute? Kann auch nicht zuschauen Der Burak hat vorerst schon Witze erzählt, die waren so unlustig, wirklich Digga, ich hoffe, er wird keinen in diesem Video erzählen Ich hoffe, es ist echt... Ich würde das Video auf jeden Fall runterziehen, oder? Ja, wir haben hier schon Trade-off already Natürlich gibt's hier einen schönen 50-Dollar-Pot Das ist ja so unser Budget, meistens Giorgio Hey, warum kommt bei mir ein Error? Da sind die komplett behindert Der Pot ist auf jeden Fall lecker Doch, da bist du! Nee, wir geht der Kappa Naja, das willst du nicht Boah, meine Chancen sind immer noch 26%, das ist gar nicht schlecht Hier so ein leckeres Karambit Und wie viel bist du drin? Knapp 60 ungefähr Der wär echt geil Bin ich drin? Bin ich drin? Ja! Nee, den kommt immer noch nicht Nächsten Pot, alter Oh, fuck, alter Vielleicht können wir dich safen im nächsten Pot Oh, da kommt noch einer rein mit 126 Digga Will er mich ficken, oder was? 2 leicsten Ficken 15% Ja, okay, komm 15% Alter 347 Dollar Pot Digga Wo bin ich? Nein! Eins daneben Alter Scheiße, Mann Fuck So close Oh, Gott Ich kam nicht rein Jetzt Oh, Digga Alter, Eidekita Was war denn das für gerade für ein Pot, Digga Das waren 26 Dollar Ich hab das vorher auch in der Steam Gruppe gepostet Das heißt, die Chance ist relativ groß, dass das ein Zuschauer ist Derjenige, der den Pot gewonnen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Ihr seht es schon auf der Seite Hier sind auf jeden Fall ein paar mit am Start Oh, und da sind wir drin, Alter, auch mit 60 Dollar Fuck, Alter Wenn wir den jetzt auch noch verlieren, sind wir minus 120 Komm, da muss doch jetzt noch was gehen, Alter Das kann doch jetzt hier kein One-on-One werden Ich glaub, das bleibt ein One-on-One Es lädt noch ein bisschen an Okay, bleibt ein One-on-One Komm, Vegeta Komm Orange ist doch hier unsere Farbe Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Oh, weilen weit weg, Alter Easy weg, Yuki Weilen weit weg Es war mit Ticket Es war mit Ticket Du hättest ein bisschen ersetzen müssen Hättest du gewonnen Oh, Digga Jetzt sind wir hier Minus 120 Dollar auf der Seite Gut Abschließend auf jeden Fall nicht die schönste Seite Aber funktionell gut Und ja Sag, ich bin Spider-Man Und Schlusswort geht an die zwei Schlawiner Jo, Jungs, macht's gut Peace Ja, Freunde, der Jojo auf jeden Fall hier mal weggewichst Ja, auch wenn ich mich frage, was hier jetzt 110 Dollar sind Aber ist ja egal, ja Ich hoffe, dass ich hier nicht beschissen wurde Obwohl, boah, die Kraken ist ja schon 22 Euro wert Ey, gute Kraken, hier ist ja gar getrate upt Bro So ein Dreckspumper, Alter Das ist die 120 Euro Kraken Und macht's gut